Wir sind auf jeden Fall erstmal sicher. Und müssen jetzt erstmal versuchen, hier über den See zu kommen. Ich fahre über den See, über den See, über den See, wir fahren über den See. Auf einer hölzernen Wurzel, 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 Wurzel. Na gut. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier über den See kommen, auf dieser hölzernen Wurzel. Sollte ja eigentlich nicht so das Problem sein. Da ist dann das hier viel eher ein Problem. So, hier, hier und dann darüber und wieder gesichert. So, Delay. Müssen wir wieder auf die... Hm. Es sieht aus, dass wir weiter in ihrem Raum kommen. Whose Raum? Was meinst du mit ihr? Es ist nichts. Geh weiter. Also dieses Irrlicht ist mir ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Es sieht mir übrigens hier sehr nach Spinnen aus. So, ich muss offensichtlich da hinten hoch. Und da oben müsste es eine Lampe geben, wenn ich das richtig sehe. Nein! 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 Uh, 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 äh, 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 äh. Nein! Na gut. Okay, dann warten wir halt wieder eine Runde. Wie immer. Und hier und da und dort und da drüben und hier und da hoch. Gibt es hier lichttechnisch irgendwas? Nein. Dann geht es hier weiter. Dahin, dorthin, hier hoch, hier rüber, dahin, dorthin. Hier bin ich erstmal sicher. Auch wenn ich da noch nicht wirklich sicher bin. So. Hier bin ich vermutlich sicherer. Oje. Hm. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier runterlaufen und das Licht anmachen. Ah. Ich muss wahrscheinlich erst das Licht anmachen. Nein! Also ich muss oben irgendwie die Lampe hier runterholen, damit ich hier hinten rüberkomme, natürlich. Das ist offensichtlich. Und ich sollte nicht ins Wasser fallen dabei. Ach je. Nein! Puh. So, das ist das, wenn man immer erst gleich los springt, statt zu denken. So, jetzt und jetzt. Und hier denke ich eh nicht. Und da reagiere ich vermutlich nur. Und hier geht es dann rüber. Puh. So. Und das ist das, wenn man dann keine Kraft mehr in den Beinen hat. Wenn man zu viel, ohne zu denken, durch die Gegend gesprochen ist. Ach ja. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter. Und weiter. Und weiter. Dann stehen wir hier und warten auf den nächsten Schwung. Insekten. Insektoide. Ich sollte auf die Insekten warten und nicht einfach losspringen in der Hoffnung, dass es zeitlich reichen wird. Das war einfach nur die Strafe für meine Dämlichkeit. Und das wäre eigentlich ein bisschen blöd, weil ich mich dann ja permanent bestrafen muss, weil die Strafen ja auch dämlich sind. Ach ja. Ich bin schon bei 385. Toden oder so. Das könnte ich eigentlich mal machen. So. Aber jetzt noch nicht. Das mache ich dann, wenn ich oben auf dem sicheren Punkt bin. Oder da hinten auf dem sicheren Punkt. So. Dann schauen wir doch mal. Statistik. Das interessiert mich jetzt. 192. Hm. Hm. 192. Tode. Tode. Ah. So. Dann geht es hier weiter. Das Tolle an so Sachen ist natürlich, vorher hat es immer alles super geklappt einfach. Und jetzt geht gar nichts mehr. Ach je. So, ich versuche mich mal ein bisschen konzentrierter hinzusetzen, aufzusetzen. Und etwas aktueller und geflüssentlicher zu reagieren. Na komm schon. Komm. Hopp, hopp, hopp. Jo. Hier. Da. 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 Und da. Das ist schon mal schön. So. Da. Da. Und da. Und da sind wir dann. Und da sind wir dann. Ah, ja. Natürlich. Okay. Da bin ich ein bisschen zu schnell gefallen. Aber die Strategie ist die richtige. Das Zeitverhalten ist halt wichtig. Die zeitliche Abstimmung. Okay. Hahaha. Habe ich es wieder fast geschafft, mich selber zu verhelbern. So, hier geht es rüber. Da noch ein Stück. Da noch ein Stück. Da noch einen hoch. Da noch einen rüber. Hier einen hin. Und dann sind wir hier. Auf die nächste Plattform. Warten. Spring, spring, warten, spring, 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 warten. So. Pause. Jetzt. Und hoch. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Verdammt. Wie mache ich denn das am besten? Ich muss mit meinem Licht das Licht löschen. Was ich ja auch kann. Aber. Ich bin zu schnell wieder weg. Das heißt, ich muss mir da oben viel mehr Zeit geben. Quatsch. Ich muss schon beim Abspringen das Licht aktivieren. Genau. So. So, dann stelle ich dich doch mal hier hin. Und dann holen wir mal das nächste Licht. So, dann gehst du da hin. Ah, Kombinatorik einfach. Die Kombination der richtigen Stäbchen. Wenn ich dich hier hin packe. Dann kommst du nach unten. Wenn ich dich hier hin packe. Ne, warte mal. Ich packe dich mal da hin. Und ich packe dich mal da hin. Okay, dann klappt es nicht. Also nehme ich dich und tu dich da hin. Und dich da hin. Und dann ist ja alles gut. So. 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 Gibt es da oben einen Sammelgegenstand? Offenbar nicht. So, dann gehe ich doch mal hier hin und sag Licht. Kann ich hier durch. Hier unten ist wieder Licht. Und da ist ein Licht, das ich vermutlich brauche. Nehme ich da dieses Licht und stelle es mal da hin. Nehme ich dieses Licht und stelle es mal da hin. Ne, eins nehme ich. Spring ab, Licht an, Licht aus. Natürlich, das brauche ich ja, um da überhaupt durchzukommen. So. Ich denke, wir werden demnächst noch Spinne begegnen. Ich sehe hier so viele Netze. Seht ihr die auch? Ich denke schon, ne? Genau. Und da oben wäre es jetzt nämlich eigentlich angebracht, über die Stäbchen zu springen. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Ach ja. So, hier Licht löschen. Egal. Hier Licht mitnehmen. Das Licht ist mir gerade egal. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und dann sind wir da durch. Hm. Also, hier hoch. Das scheint aber nicht so wirklich richtig zu funktionieren. Hm. Warte mal. Ich geh mal durch. Gibt's hier irgendwas? Nicht so richtig. Das heißt, ich muss schon hier dieses Licht aktivieren. Das leuchtet auch relativ weit, muss ich sagen. Ich habe eine Befürchtung. Ich habe eine Befürchtung. Ich muss beide Lampen mitnehmen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber ich muss es tun. Upsale. Okay. Vermutlich. Nämlich. Also. Licht an. Tür auf. Hier runter. Lampe nehmen. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Stell ich dich hier hin. Nehme ich. Hm. Nehmen war die andere Taste. So. Nehmen. hier rüber hier rüber hier rüber hier rüber darf ich nicht wenn ich nachher das ding löschen so kommst du hierhin nämlich dich stell ich dich hierhin gehe ich mit dir hier rüber und nehme dich hier mit so dann muss ich dich natürlich hierhin stellen weil ich jetzt die nächste lampe nehmen und mit ihr eins weiter zu gehen der kegel ist vermutlich zu kurz dann muss ich doch mit dir hierhin so spring zack zack genau muss ich mit dir dahin damit ich mit dir wieder zurück kann so 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 Vielen Dank.